Nananana yananana nananana 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 lana Panamp schwe ей ein raus Heritos die größte und die kombo an die er hat der auch die Bitte kurz. Hey! Du Fettsack. Wie? So. Und das dann noch so. Dann bin ich fertig. Und jetzt machen wir nur B1. Damit? Ach so, okay. War zu kurz. Nein, 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 nein. Hey, ich habe so richtig reingejobt. Okay. 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 Adios. Oh, Keyword Player in Point. GG. Damit? Ich will weiter damit. Dankeschön. Danke, danke, danke. Was geht? Ja, wir kommen im Club. Ah! Was ein Haiwan. Auto-Aimer. Oh, oh. Shit on. Mit welchen Waffen machen wir? Irgendwelche. Von der anderen rauflegen? Nee, sind Heads kaputt. Ey! Okay. 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 Da können wir nach... Äh, gleich Teams. Ich würd in 7 Summe bleiben. Hast du den noch nicht? Niemand spielt mir in der Duos oder so. Oh, mein Beileid. Ey, ich kann mich nicht bewegen. Wir haben keine Freunde. Ey, ich kann mich nicht bewegen. Werde ich jetzt verfolgen? Ich bin kein Bock mehr. Muss ja wieder online kommen. Ey, Mann. Uff. Lustig, mach die Scheiße weg. Ach, Junge. Ja. Hä? Oh, Mann. Schade, bin ich gar. Mann. Schade, bin ich gar. Quatsch. Einfach schüttern. Einfach Karma! Natürlichkiem weh auch nicht spaß. Okay. Okay. Warte, ich lade den mal kurz wieder ein. Gigi. Mein Beileid. Willst du auch noch machen? Was? Nicht du, ich mein. Ging dir nicht grad schwer. Okay. 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 Ich glaube, der geht gleich noch raus. Sehr gut. Ja, 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 er ist eigentlich gut. Also für 7,2 ist er zwar nicht so gut, aber er ist gut. Okay. 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 Ich guck mal kurz. Ich muss kurz jemanden anrufen. Dann musst du ganz nach unten gehen und da ist jetzt dieser Stift und diese Striche, ne? Und dann ist ja die Kameradar, ne? Das ist das zweite oder so, ne? Ah, Übertragung. Ja, dann drückst du da drauf, dann ist sie in der Liste, ne? Ja, dann drückst du da drauf, dann drückst du da drauf, dann musst du dich, wenn schon auf Twitch oder auf YouTube anmelden, über deine, ähm, Playstation. Ja. Ja, und dann, auf YouTube dauert das 24 Stunden, musst du streamen kannst und auf Twitch dauert das direkt, glaube ich, nach dem Bestätigungscode. Also, ich kann dir, ich kann dir noch ein Video schicken, wenn ich... Ja, ja, naja, ich hab's jetzt, ich hab das Stand auch. Äh, du kannst auch nicht benutzen, weil ich hab auch YouTube versucht. Ja, okay. Ja, ich guck, Twitch. Ja, okay. Kann man Twitch an der Mutter auf Place? Auf Place? Nein, nein, nicht auf Place. Die musst du auf Handy oder auf PC haben und dann hast du eine E-Mail-Adresse oder deine Mutter oder so? Ja. Ja. Ja, dann musst du dich mit der E-Mail anmelden und dann kriegst du irgendwo und dann kriegst du so einen Bestätigungscode, den musst du dann auf der Place Sägen eintragen. Dann kann man zu streamen. Okay, Schaune. Ja. Welche Aschenschallmutter hat mich gekillit? Hallo! Ich weiß schon, dass ich genau daneben gesessen habe und gesehen hab, dass du das auch gemacht hast. Ja, aber er hat auch gemacht. Ja, da musst du es ja nicht nachmachen. hat egal was ein laki der controller player trifft schmerz schmerz er hat immer dieser thema doch doch nicht gut auskaufen denn da kommen wir gleich spiel nicht mehr mit dem bock mehr diga ich spiel auf keyboard oder soll ich auf dem spiel der gander nach sich gehen aber ich habe gerade irgendwie bock auf die 95er Headshot. Wahrscheinlich. So, uneinges. Habe ich nur 21 zu geben. Ich habe dir auch 121 gegeben. Ich habe dir 200 gegeben. Glückwunsch. Ich habe dir 200 gegeben. Ich habe 200 gegeben. Scheiße. Digga. Irgendwie was fackst du denn jetzt schon wieder ab da hinten? Was ist deine Ecke da? Ja, er kommt zu hin. Digga. 55er Headshot. Also das Spiel kommt jetzt doch auch geschickt. Ich habe ihn gerade zu hobs genommen. Der Spawnschutz. Digga. Ich habe ihn so ein 200er gegeben, aber dieser Spawnschutz hat mich ab. Alexander, du kleine Abstrauver. Warte kurz. Max hat mich kurz eingeladen. Mich fehlt sein kleiner Hasen. ok kann weitergehen ja ich habe alle controller hola egal 33 er wacht sich da wirklich durchstieg und man trifft den ersten schon das ist so das spiel bock war nicht mehr nur und so das war erst gedacht das bist du ich habe ihnen so 100 zähler auf einmal er kann nur der geist wird sein dass es gab nur durch bei gott wie schlecht kann man sein ich will jetzt nur noch mit pamp nur noch mit nur noch mit pamp aber nicht mit der pamp spielen ohne minis ohne grappler und nur nur mit dieser gold nur mit der goldenen charge wenn ich ein ernst und geht's denn jetzt warte meine dinge ist schief also was in mir drin digga sorry Hä? Ich bin ein Abstauber! Kommt davon, wenn man mich p-gäxten will. Der Abstauber, der geil. Ey, ich treff nix, denn ich kann richtig gut editieren, aber ich treff nix. Kada, hast du mich von hinten? Alter. Nee, ich hab dich nicht geholt. Du hast mir aber von hinten nicht gegeben. Oh, ich hab dich nicht geholfen. Hey, nein. Ich hab dich nicht geholfen gemacht. Oh, ich muss nachsagen. Stopp. Meine Killys? Wie bist du? Wie bist du? Ich bin bei dir. Ich glaub, ich bleib jetzt auf Keyboard, Digga. Was? Oh oh. Du hast Wurzschutz denn Urusvater, Digga. Hör auf! Oh, die Hedgeheit. Scheiße. Das hat nicht gebaut. Ey, meine Pump ist leer. Alles ist leer. Meine Pump. Alles. Ich kann anstehen mir meine Pump. Jetzt laber ich. Er laget mehr auf als irgendwas. Oh. 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 Aber jetzt rückzahlen nicht mal. Ey, du schießt halt schneller als ich. Ich bin krass auf Keyboard geworden, ne? Ja. Ich würde sogar sagen, ich bin besser auf... Auf Controller bin ich noch besser. Aber... Aber nicht viel. Oh mein gode... Aber das ist leer. Oh mein gode... Sokir. Oh mein gode... Der wäck hier. Oh mein gode. Oh mein gode... Oh mein gode... Er ist weg hier. ach man glückwunsch es heißt danke ich hab glückwunsch gesagt dann heißt es danke das ist mein könne verpiss dich nein ich wollte grad bieten meine auch lass sie laden auf e sei überall die ganze stücker machen da kann ich nichts machen Oh, dieser 200er mit 4 AP. Wie viel schluckst du denn? Ey, Kingswick B, du staubst ihn ab, Digger, ich fick dich der. Ich komm höchstpersönlich da, wo du wohnst, Digger. Junge, ich schluck dir, Digger, ich geb ihm so viel damage, der hat noch 12 AP oder so. Wo wohnst du? Ich hör da ja. Nicht du. Ich lass ihn nicht. Ich lass ihn nicht. Komm hier rein, ich soll ihn passen. Hälfte gehen. Oh Gott. Kada, Kada. Ey, er wollte mich grad holen. Wieder holen uns. Hey, das sagt man auch nicht. Hey, er trifft nur 200. Ich weiß, er wäre sonst egal. Hey, er nimmt dein Vieh, er nimmt dein Vieh. Er nimmt dein Vieh. Pass auf. Er darf nicht grad mit dem Vieh. Warte kurz, warte mal. Ich weiß jetzt, wozu der Knopf ist, Digger. Jetzt kommt. Jetzt kommt. Ach ja, komm. Gib ihm jetzt Rache. Er gibt mir Lucky 200er. Er gibt mir Lucky 200er. Er gibt mir Lucky 200er. Er ist ein Lacher. Er gibt es ein Lacher. Alter! Hier le mit dir. Hier le mit dir. Und du schluckst ja zu viel. Und du schluckst. Nein! Das war ja richtig Kraft, was ich gemacht hab. Nein! Alter, ich hab den die ganze Zeit gebargt. Oh, komm mal jetzt! Jelle! Hat er 1 AP oder so. Ich bin so krass auf Dingspunkt geworden. No joke jetzt. Ah ja, das ist so. Früher, ich war zu schlecht. Mein Aim hat mich auch verbessert. Ey, ich geb ihn 132. Ey, mein Aim hat mich auch verbessert. Ey, mein Aim hat mich auch verbessert. Nein, no joke. Ey, Junge, ich geb ihn 132. Dieser Abstauber. Ich? Was ist ihr denn jetzt? Nein! Dieser Abstauber. Wo ist denn? Ach, sicher? Hvor ist denn die Fenster? Er ist hier drin? Ja. Ich muss meine Bambus fangen. Ich muss meine Bambus fangen. Ey, er ist geliebt. Oka! Was? Hast du gerade durch die Bauch geschossen? Vielleicht. Ja, durch die Treppe. Hä? Aber wir machen ein paar Wolken wie uns. Ey, ich hab die Unheim gespielt. Ey, Mann. Ich hab grad komplett reingeschissen. Scheiße. Er sagt runtergefallen. Ey, ich hab mich runtergefallen. Ey, lass mich runtergeschossen. Äh, äh. Doch! Ich hab dich nicht runtergeschossen. Doch, hast du. Ich seh's doch. Hey, Wallah. Och, Digga, ich bin so runtergefallen. Hey, Mann. Du schwitzt zu fast, Digga. Was laberst du? Komm jetzt. Ja. Ja. Ich hab' mit Holz. Ja. Ey, Junge, du hast vor mir angefangen. Hä? Wer ist der Beste? Ich bin wieder runtergefallen. Aber jetzt muss ich den Knopf drücken. Kada! Jetzt weiter, oder? Ja, wir machen einfach weiter. Du hast zwar eh geboren, Digga, weil er ist mein Leben, Mann. Ja, er sieht nicht! Ich... 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 Ich seh' dich nicht. Es ist doch so dumm, Digga. Lass' einfach so anfangen. Ja, ich... Ich... Das Spiel macht einfach keinen Sinn, Digga. Ach, Digga. Okay. Ich schau'n schau'n. Oh. Ich schau'n schau'n schau'n. Ich bin auch runtergefallen. Da bin ich gar nicht. Da bin ich verstauntlich. Junge, baue mal nicht so viel, Digga. Ich bin runtergefetzt. Ich bin wieder oben. Oh, mein Kabel ist einfach zu. Chill! Ich setze die ganze Zeit runter. Ein Weileid. Digga. Digga! Digga! In welcher Klasse bist du? Siebter. Ja. Da bist du 13. Ja. Alter. Ach komm Digga, baue mal nicht so viel. Digga. mein gottiger was runter gefallen meine popo tut weh meine jetzt schon wieder zu lang meine pampen da Da ist sie. Was? Was? aus was nur war zu kurz mein Arsch der und man dachte Arsch bruchtiger n komm ich stehe ich hab sie von 4 19 hier hast du 20 nur bist du lustig oder so ich hatte das spiel 29er nein wo es einfach hart geschüttet ich bin um 19 uhr von schule gekommen wie spät schon fast 21 uhr hoch spaß ich hab ne Sommerferien da wo wohnst du ah meine switch digga Frisch einen frischen Enes. Ey. Frühglückwunsch. Ja! Digger, mein Aim! Digger, mein Aim! Digger, mein Aim! Digger, mein Aim! Das ist einfach ehrenlos. Mach mal privat. Ne. Mach es privat! Ja, tschüss! Mach es privat! Wahre! Und der lange! Digger, mein Aim! Digger, mein Aim! Digger, mein Aim! Nein! Digger! Unge, du schluckst einfach zu viel! Nein! Hältest du lang! Mir ist schon eine Scheiß Klappe gebaut. Mein Gott. Ich glaub, du holst mich sogar noch. Wenn ja, dann bin ich der Krass. Ne. Ne. Das ist einfach Glück! Was laberst du? Du weißt nicht, wie wenig Leben ich hab. Ja, du weißt auch nicht, wie viel ich hab. Naja, wie viel? Sag ich dir nicht. Sonst gehst du mich direkt pushen. Wo bist du? Ich bin hier. Frisch. Ein in Frisch. Frisch. Ein in Frisch. Frisch. Er macht halt wieder die... Spielsgrad Controller? Nein. Oh oh. Es war so spannend. Nein! Wie viel hast du? Ich hatte 29. Ich hatte 34 oder so. auswege und steck auf. Hey! es gibt 150 noch mein gott zum glück habe ich jetzt hier einen frischen dass der einzig wahre und der kleine das minis benutzen okay okay alles mit der ruhe das wäre nicht den besten lebens ich weiß dass sie sich auf die jahre ist und ich habe einen der teuer das gehört vielleicht ist das mein herz muss werden ein spieler kann besser als ein keine ahnung was als ein maus und keyboard spieler wer ist der maus und keyboard spieler was und wer ist der maus und keyboard spieler du kannst du fest ja aber ich kann auch bestwerke warte kurz ich komme gleich eingepresster frischer ihn wieder da warte noch aber ja Nee. Das ist los! Ooooooh! Shit on! ich habe gerade so krass gespielt egal der ja ich bin so krass auf keyboard geworden ich muss erst mal ich muss mir gerade aufgefallen ist ich hatte einfach die ganze zeit mir wieder gerade genommen hat der ich will mir noch ein bisschen bauen nicht schießen sitze und mit dieser waffe es kommt der gar nicht bin ich damit auch nein nur mit der waffe ja doch mehr Oh nein! ja was soll ich machen egal ich muss nicht kommen sonst hättest du mich trotzdem geholt vielleicht hätte ich hätte sehr daneben geschossen so dumm wie du wirst ich sitze gerade für komisch Weh, weh, weh. Ich hab grad voll die FPS-Drops Nein! Nein! Wenn ich dich jetzt hole! Was dann? Ich brauch Minis! Ja! Och Mann! Nein! Du bist unter mir! Was ist denn sonst sein? Ey! Nein! Alter! Du hast gar nichts getroffen! Warte kurz, ich muss essen! Ach Mann! Ich geh nicht so lang! Komm Minis! Ich geh nach kurz mein Essen ein bisschen abgeben lassen! Ich hab Reis! Ja, es gab Reis! Egal! Friss erstmal! Frisst du, dann können wir... Was? Isst du, dann können wir spielen! Er liefst du jetzt! Nein! Nein! Aber ich muss Essen abkühlen! Ja, ich hab's frei! Ist's zu heiß! Ist ja wochenende! Hä? Diese Farmskrank ist ja komplett dumm! Was geht zu mich? Halt die Fresse, Digga! Warte, ist Nikita online? Warte, ich leute mal nach! Lass nicht mag sein! Nein! Er ist eh grad zu viel wie in der Lobby! Er wird eh mit rein kommen! Okay, ich esse jetzt! Schau! Ja, isst du! Frisch! Ein gefrishter!